Der Oktober zeigt sich in diesen Tagen von seiner sehr warmen Seite. Manchmal war es ja schon so, dass es Mitte und Ende Oktober bis in mittlere oder tiefere Lagen die ersten Schneeflocken gegeben hat. Ob das in diesem Jahr auch so sein wird, ob es einen Wettersturz gibt ab der nächsten Woche, das schauen wir uns hier alles in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Aber erst mal war es ja richtig nass gewesen. Da kam einiges runter am Samstag und am Sonntag. Stellenweise ist das Regen soll des gesamten Monats Oktober schon zur Hälfte erfüllt worden, zumindest an einzelnen Wetterstationen. Auf ganz Deutschland hochgerechnet kamen knapp unter 20 Liter Regen pro Quadratmeter in der Fläche runter. Immerhin, der Oktober schafft es somit nicht mehr der trockenste Oktober zu werden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu kommen, wie viel das sein könnte. Auch das schauen wir uns später in diesem Wettervideo an. Apropos Regen, was soll denn da noch runterkommen? Das hier ist die Prognose vom europäischen Wettermodell für den Oktober 2022 in Sachen Niederschlagsabweichungen. Und wir sehen hier sehr viel Grau. Und Grau bedeutet, der Oktober soll weder zu nass noch zu trocken ausfallen. Völlig normal, was die Regenmengen angeht. Und wie schaut es aus bei den Temperaturabweichungen? Was berechnet da das europäische Wettermodell? Naja, eine Abweichung von 0,5 bis 1 Grad nach oben im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Also insgesamt eher ein etwas zu warmer Monat, aber von den Regenmengen ziemlich ausgeglichen. Warten wir es mal ab, wie es am Ende kommen wird. Wir schauen auf das aktuelle Wetter vom heutigen Mittwoch. Unser Hoch Timeo zieht langsam ab, aber das nächste Hoch Ulrich liegt schon dahinter. Mittendrin kommt heute ein Tief vorbei. Das bringt uns später kühlere Luftmassen, aber zuvor strömen heute nochmal sehr warme Luftmassen hier aus Südwesteuropa bis zu uns nach Deutschland. Und deswegen steigen die Werte teilweise deutlich über 20 Grad. Zugleich sorgt dieses Tief aber für viel Wind im Norden des Landes. Wie viel Wind, das schauen wir uns später an. Zunächst mal der Blick auf den heutigen Mittwoch. Da kann es sogar nochmal sommerlich warm werden entlang des Rheins. 23 bis 25 Grad sind da heute Nachmittag möglich. Zumindest mal kurzzeitig, so gegen 16 Uhr kann diese Temperatur erreicht werden. Ansonsten ein paar Wolkenfelder, Temperaturen meist so 19 bis 22 Grad. An der Küste kann es stellenweise auch mal für einen kurzen Regenschauer reichen. In der Nacht dann zum Donnerstag weiterhin einzelne Regenschauer an der Küste. Ansonsten viel Dunst oder Nebel und die Temperaturen gehen insgesamt auf 12 bis 7 Grad zurück. Wir blicken auf den Donnerstag. Auch der fällt überwiegend freundlich aus. Das nächste Hoch kommt und auch das sorgt für reichlich Sonnenschein. 10 bis 12 Sonnenstunden sind am Donnerstag möglich. Das Ganze bei Temperaturen so um die 16 bis maximal 21 Grad Richtung Alpenrand. Und auch der Freitag bringt goldenes Herbst- bzw. Oktoberwetter. Das Ganze bei Temperaturen so um die 16 bis 22 Grad. Etwas kühler im Osten und Norden, dagegen wärmer hier nach Süddeutschland. Aber in der Früh können sich jeweils hier und da sehr lange Dunst- und Nebelfelder halten. Und jetzt der Blick Richtung Wochenende. Wird das Wochenende freundlicher werden als das vergangene Wochenende? Naja, immerhin in vielen Landesteilen sieht es am Samstag trocken aus mit Sonnenschein. Aber hier im Südosten sind die Wolken etwas zahlreicher. Und auch im Norden, da bringen die Wolken stellenweise kurze Regenschauer. 14 bis 16 Grad. Nach Süden hin Temperaturen um die 18 bis teilweise 19 Grad. Der Blick auf den Sonntag, und der könnte seinem Namen alle Ehre machen, verbreitet sehr sonnig, weitgehend trocken. Temperaturen im Norden und Osten so 15 bis 17 Grad, 18 bis 20 Grad entlang des Rheins. Hier also nochmal angenehme Wärme. In der prallen Sonne gefühlt auch noch ein bisschen mehr. Der Blick in die nächste Woche hinein. Dann kippt wahrscheinlich die Wetterlage. Aber der ganz große Regen ist da erstmal nicht in Sicht. Am Montag im Westen Regen, sonst ab und zu noch ein bisschen Sonnenschein. Hier unter Dunst oder Nebel. Das Ganze bei 15 bis 21 Grad. Zum Dienstag und Mittwoch dann insgesamt kühler. Die Tageshöchsttemperaturen maximal noch 14 bis 17 Grad. Und besonders am Mittwoch kann es im Norden dichte Wolken geben. Und immer wieder gibt es Regenschauer. Also ein bisschen nasser wird es wahrscheinlich nächste Woche werden. Aber bis es soweit ist, da wird es auch nochmal windig. Vor allen Dingen heute am Mittwoch. Hier mal die Spitzenböen, die Spitzenböen muss man sagen, von heute Mittwoch. Und so stürmisch können es werden hier entlang der Küste. Zum Teil, hier unten sehen wir es, so um die 60 bis 65 Kilometer pro Stunde. Auf der Nordsee sogar über 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. Das gleiche gilt für die höheren Lagen der Mittelgebirge, für die Gipfellagen. Auch da kann es mal die ein oder andere stürmische Böe geben. Aber im Rest des Landes ziemlich wenig Wind. Da bleibt es zum Teil auch richtig ruhig. Ja und der Blick auf die Ensemble-Prognose, der offenbart uns diese Achterbahnfahrt bei den Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe. Hier mal die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 19. Oktober vom europäischen Wettermodell. Und wir sehen erstmal diesen Wärmepik hier am heutigen Mittwoch bis zu 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Dann geht es stramm runter auf knapp unter 5, dann wieder ein bisschen rauf, wieder runter, wieder rauf. Und dann bleiben wir meist so um die 5 Grad liegen in 1500 Metern Höhe. Und beim Niederschlag erstmal weitgehend trocken bis zum 9. oder 10. Oktober. Und dann sind hier und da auch mal ein paar Regensignale im Norden des Landes zu sehen. Wir gucken mal nach Westdeutschland und hier auf die Temperatur in 2 Meter Messhöhe. Und auch da wird es heute erst einmal so richtig warm. Temperaturen zum Teil über 20 Grad. Ähne 20, 22 Grad sind unmöglich. Danach ein bisschen kühler, aber meist bleiben wir so um die 15 bis 70 Grad hänge. Also so richtig kalt will es nicht werden. Das mit dem ersten Winterinbruch wird wohl nichts bis zum 19. Oktober. Deswegen mit der Winterreife können wir noch ein bisschen abwarten. Das hat noch ein bisschen Zeit. Und beim Rehen, da gibt es zumindest mal so ab dem 10. oder 11. Oktober ein bisschen mehr was an Niederschlag. Aber die große Rehen wird es wohl auch im Wächste eher nicht wäre. Wir schauen nach Ostdeutschland. Hier auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Hoch hinaus geht es im Vergleich zu gestern auf 15 Grad. Auch hier in 1500 Metern Höhe. Zum Vergleich im Juli und August würde uns das unten am Erdboden über 30 Grad bringen. Aber jetzt im Oktober maximal eben 20 bis 23 Grad. Danach geht es abwärts, aber auch hier Achterbahnfahrt ist angesagt. Rauf und runter, rauf und runter. Und später bleiben wir meist so um die 5 bis 7 Grad in 1500 Metern Höhe. Und auch im Osten gilt kaum Niederschläge bis zum 10. oder 11. Oktober. Und auch danach sind es nur einzelne Schauer, die sich da wahrscheinlich ergeben werden. Wir blicken nach Süddeutschland bis zum 19. Oktober. Auch hier auf die Temperaturen, aber in 2 Metern Messhöhe. Um die 20 bis 21 Grad messen wir aktuell. Und auch in den nächsten Tagen bleibt es meist so bei 17 bis 18, teilweise 19 oder 20 Grad. Also dieses stabile, recht warme Oktoberwetter bleibt zumindest im Süden des Landes erhalten. Und auch hier gilt bis zum 10. und 11. Oktober kaum nennenswerter Niederschlag. Und auch danach sind es meist nur einzelne Regenschauer, die es gibt. Noch der Blick in die Landesmitte hinein, auch hier auf die 2 Meter Temperatur. Es geht heute rauf auf 20 bis 21 Grad, danach ein bisschen runter auf Werte um die 17, 18 Grad. Aber insgesamt bleiben wir auf diesem Niveau bis zum 19. Oktober. Auch hier ist kein Temperaturschutz in Sicht, kein erster Wintereinbruch bis zum 19. Oktober. Es bleibt für die Jahreszeit etwas zu warm und beim Niederschlag ab und zu ein bisschen was ab dem 11. und 12. Oktober. Aber in der Menge wird es auch nicht besonders viel sein. Wahrscheinlich eher eine sehr trockene Wetterphase bis zum 19. Oktober. Das war es vom Wetter am Mittwoch. Einen schönen Tag. Bis bald. Das war es vom Wetter am Mittwoch.